Hey Freunde! Herzlich Willkommen zurück zu Bastion! Wir haben im letzten Part einen Überlebenden gefunden. Sulf, also der aus dem Osten kommt. Aus dem fernen Osten scheinbar. Und ja... Und wir haben ein paar Sachen gefunden. Aber das war dann. Dinge sind anders zwischen uns und uns. Oder ein Fundbüro. Pläne für die Richtung einerlei wertvolle Objekteaufbauern wiederherstellen. Oh, da haben wir... Oh, generell Sachen. Okay. Okay. All it takes is some fragments. And the Bastion makes it good and new. Okay. Schön. Dann können wir unsere Waffen upgraden wieder. Mehr Munition oder nochmal schnelleres Nachladen. Ja, nehmen wir mehr Munition. Und dann schaue ich den Fang-Repeater all day long. Ah, da kommen... Zu wenig Ressourcen. Aber jetzt haben wir noch mehr Munition und schnelleres Nachladen. Also... Okay. Ähm... Versuchen wir es hier nochmal, nachdem wir jetzt da noch mehr Munition haben. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt, da gleich alles zu erledigen. Okay. Und jetzt haben wir mal... Okay. Okay. Das hat schon mal nicht so gut begonnen. Okay. Das hat schon mal nicht so gut begonnen. Ob vielleicht noch schnelleres Nachladen besser gewesen wäre, damit man mehr oder weniger instant nachladen kann oder so. Boah, das wird immer schneller. Fuck, fuck. Ha! Ich glaube, wir haben alle geschafft. Yes! Schlummerpfeil, okay. Ha! Okay, wir haben die erste Herausforderung, die erste Challenge komplett abgeschlossen. Aber bringt uns das in irgendeiner Weise etwas? Das weiß man auch nicht, ne? Stufe 3. Was für eine Stufe haben wir dann? Zwei wahrscheinlich. Das haben wir auch noch nicht. Gut. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Obstgarten oder Fortz und der Sterne gehören in den Obstgarten. Oh-oh. Oh-oh. Na, wenn das kein Boss ist. Oh-oh. Oh-oh. Das wird auf jeden Fall der Boss hier werden. Ach, die heilen uns. Oh, oh, ja. Oh, 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 oh. Scheiße, zum Verteidigendrücken, okay. Oh, 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 oh. Okay. Okay. Feinde wachsen, was Feinde wachsen schneller, um sich bewegen zu können? Unterschlagen zu können? Achtung, Gradun werden stärker, okay. Mehr XP und alles. Probieren wir es aus. Oh, no. Gut, die, die tun uns nichts. Ja. Ah ja, und da ist er noch mal. Hah. Ah, da ist noch was. Oh, Dead End ist auch shit. Ja, okay, da geht's nicht weiter. Ah, gut, nachdem wir Gegner so anvisieren können. Ja, wir können ein Schrein unserer eigenen, obwohl ich ein paar Alternativen habe in mir. Zulf hat nicht das Ding gefällt. Er sagt, der Gott von Commotion ist kein Kindergarten. Ah, jetzt kriegen wir auch sowas, aha. Hm, ja, nehmen wir das hier. Okay, das ist nichts Neues. Okay, dann versuchen wir diese eine Challenge mit dem Schwert nochmal. Ne, Blödsinn, das bringt ja nichts, wir haben ja keine Armbrust dort. Oh, Schild. Hätten wir die Armbrust dort, oder das ist unser Repertiergewehr, wäre es einfacher, ne? Okay, das ist jetzt, wie lange schaffen wir es nicht getroffen zu werden? Oder was? Oder nicht gekillt zu werden? Oder nicht gekillt zu werden? Der Bullhead-Trial hat den Leuten drei Dinge. Der erste, die gute Defensive ist eine gute Offense. Der zweite, du musst immer aufhören. Der zweite, der nicht kein Mann wie Bullhead, ich werde sagen. Haha, einer reicht. Oh, shit. Er ist schnell. Und hat ordentlich Reichweite. Fuck. Fuck. Komm her, komm her. Okay. Ah. Okay, das ist jetzt fies natürlich. Ah, shit. Fuck. Ja, das war äußerst fies jetzt natürlich. Oh Gott. Ah. Fuck. Das ist echt schwierig jetzt. Oh. Und wir dürfen auch nicht so oft getroffen werden. Du Sascha. Oh, shit. Ah, der ist ja immer noch da. Boah. Mann, was er gerade noch geschafft überhaupt. Scheinbar. Muss man jetzt... Hä? Ach so. Ah, okay. Gut, 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 gut. Einfach Ressourcen kriegen wir da. Boah, das ist schwierig. Das ist richtig schwierig. Können wir unser Schwert jetzt nochmal nochmal upgraden? Haben wir jetzt die Ressourcen dafür? Yes. We have. Noch mehr Damage über Zeit, hm? Jetzt hätten wir die Gegner locker vernichten können. So. Fort Zunderstein. Wie ist das dann? Fort Timber... Timberstone wahrscheinlich? Oh boy. Geht's hier irgendwo anders hin? Wow. Nö. Nur nach unten. Oh. Sorry. Wham. Kid's ready for the windbags this time. Calamity was mercy. Ah. The windbags ain't so lucky. Hmm. Ah so, ja was. Haha. Wow. Was haben wir denn da jetzt für ein Treffer einstecken müssen gerade? Oh. Farne, ja? Haha. Oh. Wow. Hey compere. Wow, das macht echt viel Damage. And then an oder durch die Theater. Oho. Eine neue Waffe. Oho hoo hoo. Uhu hoe hoeo. Okay. Okay. Soll ich jetzt so sicher noch weiter oder? Ja. Okay, also das Ding mag ich auf jeden Fall. Mal schauen, was wir da upgraden können mit dem. Das finde ich auf jeden Fall gut, das Teil. Fuck. Ne, ne, es passt schon. Ich bleib mit der Waffe. Danke. Danke. Man, hier crumpled alles. Danke. Oh-oh. Oh-oh. Also dann noch irgendwie ein bisschen mehr Damage und höhere Nachleidegeschwindigkeit und vielleicht noch Schaden dieser Zeit. Und wir haben eine wahnsinnig gute Waffe. Lass sie bloß nicht aus den Kisten. Oh-oh. 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 Haha. Dong. Die. Gut, Freunde, das war's aber wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal. Ciao.